Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Ich habe einen neuen Kühlschrank bekommen, habe mir extra einen A++++ gekauft und als er dann ankam, waren zwei Label dabei. Auf einem steht A++++, auf dem anderen steht C. Was dahinter steckt und warum das tatsächlich mit rechten Dingen zugeht, das erfahrt ihr in diesem Video. Ein neuer Kühlschrank kann nachhaltig sein, manchmal ist es aber auch besser, Dinge weiterzuverwenden, die man schon besitzt. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei Backmarket, die mich in diesem Video mit einer Kooperation unterstützen. Backmarket ist eine Plattform, auf der ihr Refurbished-Geräte mit 36 Monaten Garantie kaufen könnt, zu Preisen bis zu 70% günstiger als der Neupreis. Wenn ihr zum Beispiel nicht immer das neueste iPhone braucht und sowas wie dieses iPhone X hier gerne kaufen möchtet, dann geht ihr auf backmarket.de, gebt oben iPhone X ein, wie ich das eben gemacht habe und ihr seht sofort eine ganze Reihe von möglichen iPhones. Zum Beispiel hier für 410 Euro im Zustand Stallone. Ihr könnt nämlich unterschiedliche Zustände aussuchen, von wie neu, sehr gut, gut bis genutzt oder Stallone. Das betrifft aber natürlich nur den optischen Zustand. Alle Geräte sind zu 100%ig wieder aufbereitet und voll funktionsfähig. Bei meinem Kühlschrank habe ich aber tatsächlich nicht auf Backmarket zurückgegriffen, sondern nach einem neuen gesucht. Und das kam so, seit wir unsere Solaranlage haben, hat das einen besonderen Nebeneffekt, nämlich ich sehe immer die ganze Zeit, was wir für Stromverbräuche haben. Wenn ihr euch zum Beispiel dieses Schaubild hier anschaut, dann seht ihr, dass wir hier einen sehr hohen Peak haben, als wir das Model 3 angehängt haben. Aber was viel interessanter ist, mir fiel nach einer Weile auf, dass wir permanent hier so eine Linie haben, die Tag und Nacht durchgeht und die immer so zwischen 200 und 220 Watt zieht. Und da wurde ich sensibilisiert und habe mir dann ein Messgerät gekauft und angefangen, nach Stromfressern zu suchen. Mit diesem Stromfresser bin ich an unseren Gorenje Kühlschrank rangegangen, eine Kühl-Gefrier-Kombination, die bestimmt schon 10, 15 Jahre alt ist. Und die habe ich mal richtig zwei, drei Tage angehängt, um so einen Schnitt rauszubekommen. Aber das hat sich nichts mehr geändert. Tatsächlich, ich konnte das nicht glauben. Diese Kühl-Gefrier-Kombination hat wirklich im Schnitt 1,8 Kilowattstunden pro Tag verbraucht. Das sind 650 Kilowattstunden im Jahr. Wenn man das mal umrechnet, kostet das ungefähr 200 Euro im Jahr. Nur für einen Kühlschrank, der permanent läuft. Nachdem die Kühl-Gefrier-Kombination auch noch zusätzlich zu klein war, dachte ich, okay, ich kaufe eine neue und natürlich einen A+++, damit sich das Ganze auch richtig rechnet und ich wirklich was Nachhaltiges tun kann, was dann auch wieder eine Weile hält. Es gab ein richtig gutes Angebot, fast 40% reduziert und das Ding kam an und ist wunderbar. Aber es war sehr irritierend, denn es waren zwei Aufkleber dabei. Ihr seht hier auf dem einen Aufkleber, das ist der alte, da seht ihr A+++, als Energieklasse. Auf dem anderen seht ihr C. Und es gibt noch weitere Dinge, die sich hier unterscheiden, nämlich der Stromverbrauch ist geringer bei dem neuen Label. Gleichzeitig ist das Gefrierfachvolumen größer und es ist beides mal derselbe Kühlschrank. Und ich habe gedacht, ist das jetzt Etikettenschwindel oder was steckt dahinter? Und das allererste, was ich gemacht habe, ist, ich habe meinen Freund Timo Wölken angerufen. Der ist nämlich SPD-Parlamentarier im EU-Parlament und habe den gefragt, sag mal, das kommt doch von der EU. Ja. Was habt ihr gemacht? Was passiert ist, ist, dass die Geräte immer effizienter wurden. Und dann hat man die Skala irgendwann angepasst und A++, A++, A++ eingeführt. Und dann haben wir uns irgendwann gesagt, das ist auch Quatsch, dadurch wird es unverständlich. Und deswegen gibt es jetzt eine neue Skala. Aber die Kategorie A ist im Moment noch gar nicht belegt. Und ein Gerät, was vorher A++ war, ist nach der neuen Skala C, weil wir hoffen, dass die Hersteller jetzt dadurch wieder angespornt werden, die Geräte wieder weiter zu verbessern. Also ich habe ja beide Labels mitgeschickt bekommen, weil diese neue Regelung gilt ab wann? Ab dem 1. März 2021. Ja, die Kühlschränke sind ja schon produziert, die dann verkauft werden wahrscheinlich. Und deswegen werden die jetzt halt noch als A++ verkauft und dann als C. Das heißt, es gibt da neue Berechnungsgrundlagen? Genau, die Berechnungsgrundlagen, die Formeln, die dahinter stehen, sind geändert worden. Und es gibt jetzt zum Beispiel eine neue Messmethode. Vorher hat man nur bei einer Temperatur gemessen. Und jetzt hat man ein Temperaturfenster, weil wir natürlich sagen, es gibt Tage, an denen es kälter ist und Tage, an denen es wärmer ist. Und je nachdem, wo in der Europäischen Union das verkauft wird, ist dieses Temperaturfenster auch unterschiedlich. Bei uns in Deutschland sind es 16 Grad als unterste Temperatur und 32 Grad als oberste Temperatur. Und da wird der Energieverbrauch gemessen und dann mit einer Formel, die ich jetzt nicht kann, ich bin Jurist und kein Mathematiker, umgerechnet. Heißt das, dass diese Energieeffizienzklassen für alle europäischen Länder unterschiedlich sind? Es gibt vier verschiedene Regionen, ja. Es gibt das gemäßigte Klima, dann gibt es das nordische. Dann haben wir natürlich noch Italien, Spanien, Frankreich, wo es auch nochmal schön wärmer werden kann. Und dann haben wir noch französische Teile der ehemaligen französischen Kolonien, sind ja auch irgendwie noch mit sozusagen in der EU, gehören dazu. Und bei denen ist das Wetter tatsächlich tropisch. Und insofern haben wir diese vier Bereiche. Das ist natürlich auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher dann ehrlicher. Denn was bringt mir das als Mensch in Dänemark, wenn ich einen Kühlschrank aus Spanien kaufe, der da gemessen wird? Da verbraucht er natürlich super viel Strom im Sommer und in Dänemark deutlich weniger. Gibt es in dieser Hinsicht Energiesparen im Haushalt noch gerade interessante Dinge, die in der EU geplant sind? Oder ist man erst mal damit durch? Also ich würde sagen, wir sind erst mal an der Stelle damit durch. Es kommt jetzt natürlich dann noch die Renovierungswelle, wie es so schön heißt. Da geht es dann tatsächlich um Gebäudeenergieeffizienzen. Aber dazu lohnt sich nochmal, wenn es konkreter wird, tatsächlich, glaube ich, ein extra Video. Ich habe mir diese neue EU-Verordnung für euch mal ein bisschen angeschaut. Das ist natürlich ein Wahnsinnswerk. Hier seht ihr erst mal, wofür das Ganze da ist. Denn es soll bis zum Jahr 2030 eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um rund 100 Millionen jährlich damit erreicht werden. Dann kommen hier Haufen juristische Definitionen. Zum Beispiel auch wird hier der Gesamtrauminhalt definiert. Er bezeichnet das Volumen des Raums innerhalb der Innenauskleidung des Kühlgerätes. Ich glaube, dass zum Beispiel, was das Gefrierfach betrifft, hier eben so ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt, dass das jetzt anders berechnet wird. Hier gibt es eine ganze Menge Begriffsbestimmungen und es gibt auch neue Funktionsanforderungen. Ab dem 1. März 2021 müssen Kühlgeräte nämlich zum Beispiel bestimmte Funktionen wie eine Schnelleinfrierfunktion oder eine Winterschaltung automatisch wieder deaktivieren, damit man eben nicht aus Versehen unnötig Strom verbraucht. Was ich auch interessant finde, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen wird hier geregelt. Und es ist auch noch geregelt, wie schnell die da sein müssen, denn die Höchstlieferzeiten von solchen Ersatzteilen liegen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Bestellungseingang. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass es Anforderungen für die Demontage zur stofflichen Verwertung und zum Recycling gibt. Da muss sichergestellt werden, dass man diese Kühlschränke mit handelsüblichen Werkzeugen demontieren und wiederverwerten kann. Und jetzt wird es nämlich kompliziert. Das spezifische Gefriervermögen wird wie folgt berechnet, zwölfmal das Gewicht der leichten Beladung geteilt durch die Gefrierzeit, die nötig ist, um bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad die Temperatur der leichten Beladung von 25 Grad auf minus 18 Grad zu senken. Also da hört es bei mir auf. Ich bin doch auch nur ein einfacher Musiker vom Lande. Ihr seht jedenfalls, dass da viel Hirnschmalz dahinter steckt, um diese neuen Energieeffizienzklassen zu berechnen. Mein kleiner Tipp für euch. Ich glaube, dass es im Moment ziemlich viele A++++ Kühlschränke als Schnäppchen geben wird, weil die ab März eben nur noch C sind. Und ich glaube, dass Menschen, die heute ein A++++ kaufen würden, nicht mehr so viel Geld ausgeben, um einen mit C zu kaufen. Was dabei eine ganz große Rolle spielt, ist, dass es heute eigentlich überhaupt nur noch A-Kühlgeräte gibt. Es gibt nur noch A, das ist das Schlechteste, was überhaupt auf dem Markt ist. A++++, A++++. Und das ist natürlich der Grund für diese neue Verordnung. Also nicht wirklich ein Etikettenschwindel und trotzdem ein bisschen betrüblich, dass mein Kühlschrank ab März nur noch ein C wert sein wird. Ich nehme es sportlich, weil das bedeutet, dass wir weiterhin Anreize für die Hersteller haben, noch energiefreundlichere Geräte zu entwickeln. Und für mich hat sich das absolut gelohnt. Ich hatte ja meinen alten Kühlschrank gemessen und der hatte eben wirklich durchschnittlich 1,8 Kilowattstunden am Tag verbraucht. Und der neue, der verbraucht sage und schreibe 0,3 Kilowattstunden. Das heißt, ich spare jeden Tag 1,5 Kilowattstunden. Das sind 547 Kilowattstunden pro Jahr und das entspricht ungefähr 175 Euro. Das heißt, rein wirtschaftlich ist diese neue Kühl-Gefrier-Kombination nach ungefähr drei, dreieinhalb Jahren amortisiert. Abgesehen davon, dass sie ungefähr 20 bis 30 Prozent mehr Volumen hat. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Service-Video zum Thema Energieeffizienz-Label der EU gefallen. Wenn ja, dann lasst mir unbedingt ein Abo da. Liked dieses Video und kommentiert unten, was das Zeug hält, wie ihr das haltet. Neu kaufen oder behalten. Seid auch nächstes Mal wieder dabei auf diesem Kanal. Ich freue mich. Bis dahin, euer Diesel Dad. Bis dahin, euer Diesel Dad.